hallo herz willkommen auf den heißt da nur gaming und heute schwimmen wir wieder wie ihr sehen könnt eine runde roblox und zwar spielen wir heute den cash tycoon bzw geld tycoon und keine ahnung was es hier ist wir kaufen erst mal hier ein geldautomaten dass wir natürlich auch schön geld hier drucken können und er macht uns tatsächlich 20 dollar wir haben jetzt 120 ich mache das immer weg weil das brauchen wir nicht so wir haben jetzt in der kiste die wir uns einsamen köcheln und dann haben wir noch 100 1 noch mal 101 dollar zugekriegt so wir kaufen uns den geldautomaten er den geld abgabe meine ich und den können wir uns tatsächlich nicht und wir können aber drehen und das machen wir jetzt auch einmal so mal gucken was wir mal gucken was wir jetzt hier bekommen wenn ihr bleibt stehen ich habe kein bock 100 jahre zu warten kleines bargeld ja kaum kann man sehen lassen hier ist auch wieder geld geld abgehört so gut jetzt kriegen wir ja 60 und sowas so jetzt können wir praktisch die auch noch aufwerten und das machen wir einmal so und hier einmal für 500 die machen wir natürlich auch zack und jetzt kriegen wir tatsächlich für müssen 45 und 70 und jetzt brauchen wir noch einen zweiten denn wir sind ja hier eine geldtruckmaschine anscheinend erladen und wir können hier auf jeden fall auch paar dinge kaufen die bliege aber nicht auf und wir können auch eier kaufen wo man die tatsächlich jetzt öffnet ist dann halt die andere frage ich glaube man kann die tatsächlich nur öffnen wenn man wo box bezahlen will und ich kaufe erst mal ein 700 euro dingens 1 bin jetzt kann ich hier wieder drehen so wir drehen natürlich wieder und derzeit kaum uns den abgeräter so kommt bitte bitte kleines bargeld 1200 so haben wir sogar noch den zweiten automaten mega bargeld abgeräter ok kaufen wir natürlich auch einmal so dann gibt es noch noch einen abgeräter der kostet 2400 2400 haben wir sogar sagt und es gibt auch noch einen dritten wie viele abgeräter gibt es denn dort er kostet allerdings 3000 habe ich aber jetzt auch so glaubt man kann die auch wieder hier abgeräten ja upgrade wo aber für 2600 kann man nicht meckern so gehen wir den auch gleich noch mal ab für 3400 ja so sagt ok kaufen uns doch mal hier kurz eben des mini spiel was sein soll mini spiel cash one aha wir kaufen uns den fahrt so und da kaufen uns auch noch gold ausrüstung ja ein bisschen mani so grüner schweif ich will den ich will den schweif haben jetzt dann verbundene geld verbund geld förderung aber wahrscheinlich verbindet man die kaufen uns natürlich auch einmal für 2400 ja so geht dann noch ein neuer abgeräter gibt es auch wieder diese förder noch ein dingens noch ein abgeräter kann man sich hier kaufen wir 5000 und ich sag mal so das machen wir natürlich so was kriegen wir wieder ein spin dann drehen wir auf jeden fall mal wieder was 4600 kostet das nächste haben wir sogar wir haben jetzt fast 10.000 also wir sind eigentlich ganz gut dabei geld zu kassieren jetzt habe ich sogar 13.000 gekriegt dann können wir hier einmal den kaufen und einmal den upgrader sogar kaufen und sogar die statu also das sieht doch schon mal geil aus so jetzt können wir uns sogar treppen kaufen um in das nächste stockwerk zu kommen und wenn man hier oben angekommen ist ist ja einfach gar nichts perfekt denn man muss es erst mal kaufen so jetzt aber und ich weiß nicht es geht anscheinend sehr weit nach oben so hier kann man sich wieder ein geld sammler kaufen und einen computerbereich kann man sich jetzt holen das machen wir doch einmal indem wir jetzt hier die ganze zeit computer kaufen so das gibt uns jetzt immer 5000 okay wir brauchen 12.400 aha jetzt landen die sogar hier oben ich hab da hab ich das jetzt gekriegt landen die hier auch unten ich glaube jetzt landen die hier immer nur oben wir haben sogar zwei neue spins die drehen wir auch einmal denn ich bin natürlich auch was haben dafür ne so 12.400 haben wir kaufen uns hier mal den nächsten äh und wir können uns sogar noch das hier kaufen computerbooster okay wir können anscheinend auch noch die computer boosten schreibt mal gerne in die kommentare was habt ihr für ein computer habt ihr einen guten habt ihr eine gute grafikkarte und sowas würde mich auf jeden fall sehr interessieren ähm und ja wir haben jetzt einfach gerade fast 50k gekriegt computerbooster ja kauf mal das geldautomat boah das ist ein fetter geldautomat so okay zwei stück und noch ein geldautomat 25.000 also ich glaube hier kommen noch mehr computertische aber irgendwie kann ich gerade keine anderen kaufen ja Wende kaufe ich erst später wenn ich genug kohle habe so ah ja jetzt kann ich die computer wieder kaufen warum denn warum kann ich die nicht einfach direkt zum ende kaufen egal so ist das Leben wollen wir uns mal hier wieder das geld kriegen immer also pro kiste pro kiste kriegen wir mal ähm 2000 ist eigentlich gar nicht so wenig so 20.000 kostet das nächste so kaufen wir den natürlich auch noch und 27.000 kostet das dann kommen eigentlich diese seltenen Dinger hier wieder ich brauche diese seltenen Dinger so jetzt gibt es hier natürlich wieder einen booster so okay man kann hier auch irgendwie Effekte kaufen ich weiß aber nicht wofür die gut sein sollen so und noch mal 30.000 so ach so habe ich schon jetzt hat sich das hier einfach geändert kann man hier noch einbauen ich weiß es nicht aufrüstbarer monitor klicken sie auf den monitor ok klicken tippen sie auf den monitor um ihn zu verbessern aha man kann jetzt hier überall den kaufen oder was ah man muss jetzt hier überall 30 mal drauf drücken und dann gradet der sich ab oder was aha machen wir das doch mal kurz bei jedem das finde ich ja wirklich eine geile Sache das ist geil gemacht dass man hier drauf drücken muss bis die Zahl hier weg ist und jetzt ist er geupgradet ja das dieses Konzept ist auf jeden Fall geil wir tippen mal kurz ganz schnell so tippen 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 tipp 65.000 kostet das nächste weil es haben wir ja auch jetzt kriegen wir sogar 4000 60.000 kostet das fenster kaufe ich einmal kurz wenn du aufwerten ich kaufe mir erstmal hier die ganzen dropper tatsächlich 70.000 kostet das nächste ja wieder 4700 ist eigentlich voll geil mit den kisten dass man auch geld kriegt dadurch weil dann geht es auch relativ schnell ich glaube es geht tatsächlich bis zur treppe hin oder kann das sein ich weiß es nicht 65.000 kostet natürlich das nächste so zack dann einmal das hier 75.000 kostet das ist ja unten noch irgendwas unten habe ich tatsächlich jetzt bin ich runtergefallen und habe ich da mann unten habe ich tatsächlich alles gekauft so wollen wir mal kurz das geld hier ab das habt ihr einfach in echt was würdet ihr davon machen cash dekoration leider zur nächsten etage nächste etage okay okay stehe koration kaufe ich jetzt erst mal kurz so ein pfad ja darf natürlich auch nicht fehlen so dann die nächste etage und die leiter dazu wie violette wahlkühre was ist das kann man jetzt hier so aufsetzen aber nee will ich nicht okay ja komm kaufen wir das ja auch mal eben und das andere auch so und wir uns eben hier noch mal das geld ab und kaufen dann das hier auch noch mal so zack gut jetzt brauchen wir einmal 75.000 die nächste etage zu bauen so zack und dann noch die leiter die kostet 100.000 ist nur das problem dass ich jetzt nicht mehr da hochkomme egal haben wir ja gleich so jetzt haben wir es aha ok leute aber ich würde sagen das war es erstmal mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne liken ab und kommentare schaut außerdem auch mein disko da vorbei der ist unten in der video schon verlinkt aktiviert die glocke damit ihr kein video mehr verpasst habt einen taumen auf den tag haut rein euer stando ciao 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 ciao